Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Recording Tutorial. Wir wollen uns heute XSplit anschauen. XSplit habe ich schon mal geöffnet. Was ihr hier gerade seht, ist mein Livestream-Setup. Diese einzelnen weißen Boxen, die hier ab und zu so auftauchen, sind die verschiedenen Elemente, die hier so eingebaut sind. Die ganze Szene besteht im Prinzip aus einem Hintergrundbild und den Alert-Boxen sowie dem CD-Cover, den einzelnen Texten und der Chatbox. Und das war es im Großen und Ganzen eigentlich schon. Das ist halt hier so mein Talk-Bildschirm. Der heißt auch Stream Talk, die Szene sehen wir hier unten. Das ist so mein grundlegendes Setup. Aber kommen wir erstmal ganz generell zu XSplit. Also XSplit, ein Aufnahmeprogramm, genauso wie OBS, kann MP4 aufnehmen mit H.264-Codec beziehungsweise X.264-Codec und kann sowohl über die CPU als auch über die Grafikkarte kodieren. XSplit ist gegenüber OBS kostenpflichtig, ist aber auch gar nicht so teuer. Ich glaube mit 5 oder 7 Euro im Monat ist man dabei, je nachdem welche Version man kauft beziehungsweise mietet und ich habe die ganz normale, jetzt muss ich mal gerade selber schauen, ich habe, es gibt generell zwei Programme, XSplit Gamecaster und XSplit Broadcaster. Ich habe XSplit Broadcaster in der Standard-Version. Es gibt auch eine ganz, eine Personal License heißt es, genau. Personal, es gibt eine Personal License und eine Premium License. Die hat dann noch ein paar Features mehr, die Premium, kostet allerdings auch etwas mehr. Es gibt auch eine Freeware von XSplit, falls ihr euch das mal anschauen könnt, ladet euch die runter, spielt damit ein bisschen rum, die Freeware ist ein bisschen eingeschränkt. Die kann zum Beispiel nur Mono-Audio, das ist ganz, ganz schlecht, vor allen Dingen für Spiele. Und sie kann, glaube ich, kein Full-HD, sie macht nur 720p. Aber zum Ausprobieren als Freeware und mal zum Antesten auf jeden Fall geeignet. So, wenn ihr XSplit runtergeladen, installiert habt, zum Verwenden der Premium oder der Personal-Version und der Premium-Version braucht ihr einen Account. XSplit loggt sich sozusagen immer online ein. Man kann es aber auch offline starten. Also für den Fall, dass mal Internet weg ist oder so, kann ja mal passieren, kann man auch offline mit XSplit arbeiten. Aber XSplit synchronisiert zum Beispiel immer euer Profil automatisch auf den XSplit-Server. So, dann haben wir hier ganz generelle Sachen. Wir können hier Präsentationen erstellen, laden, natürlich auch speichern. Hier seht ihr auch abmelden. Präsentationen sind im Prinzip komplette Setups. Also Präsentationen kapseln einzelne Szenen und Szenen kapseln einzelne Quellen. Wie zum Beispiel, also das hier ist jetzt die Szene Stream Talk. Seht ihr hier unten rechts. Die heißt Stream Talk. Und die kapselt hier diese Quellen alle. Und hier die In-Game-Szene. Die kapselt halt eben die Quellen. Die ist sich jetzt recht ähnlich. Hier haben wir zum Beispiel In-Game ohne Hintergrund. Da ist natürlich dann so gut wie gar nichts drin. Also nur das Spiel. Die Webcam. Und hier von Tipi Stream die Alertbox. So, gehen wir nochmal da rein. Dann habe ich hier noch die Bar Bottom, heißt die. Das ist die hier mit den, die ich im Livestream im Prinzip überwiegend verwende. Wenn ich dann Musik höre, wird das alles angezeigt. Ich habe auch jetzt gerade Musik laufen. Deswegen seht ihr auch hier den Text. Also gerade der Song, der im Spotify läuft. Ich kann nur die Musik nicht laut drehen, sonst kriege ich von YouTube eins drüber. Okay, wir gehen mal in den Stream Talk zurück. Dann haben wir hier halt ganz generell im Menü die Quellenverwaltung. Da können wir halt sagen Bildschirmaufnahme, Spielaufnahme. Automatisch erkennen. Man könnte auch mit XSplit direkt hier OBS abgreifen. Im Moment nehme ich jetzt mit OBS auf und nicht mit XSplit. Ich habe auch Twitch Alerts gerade offen. Deswegen zeigt er das hier jetzt auch an als Spielaufnahme. Der kann das direkt abgreifen. Wir können hier Mediendateien hinzufügen, sowohl Bilder als auch Videos oder sogar HTML-Seiten. Wenn ihr also HTML schreiben könnt und ein bisschen Ahnung davon habt, dann könnt ihr euch eine eigene kleine Website lokal als statische HTML-Datei ablegen. Und die dann auch in XSplit sozusagen reinladen. Zum Beispiel habe ich mein CD-Cover so reingeladen. Das funktioniert, aber ja, da komme ich später nochmal zu. Dann können wir natürlich hier Webcam und Videokarten. Wir können auch IP-Kameras ansteuern. Und wir können natürlich Audiogeräte hinzufügen. Da seht ihr jetzt hier schon direkt Mikrofon von der Webcam, von meinem USB-Audio-Interface und von meinem virtuellen Kabel. Wir können Text hinzufügen. Wir können auch noch andere Sachen dazu packen. Da gibt es zum Beispiel Slideshows. Wir können Skype-Video direkt abgreifen. Wir können einen Titel hinzufügen. Legacy in dem Fall. Und da klingelt es gerade an der Tür. Das ist mein Vermieter. Der hat sich nämlich eine externe Festplatte gekauft und weiß nicht, wie man die anklemmt. Ich mache mal ganz kurz Pause. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Netzwerkweicher erfolgreich angeklemmt. So, Vermieter kann alle seine Daten verschieben. Alle sind glücklich. Wunderbar. Und ich habe einen Kaffee bekommen. Sehr schön. So, wir sind zurück in XSplit. Wir waren im Menü bei den Quellen. Und wir können auch unter anderem hinzufügen. Wir waren hier bei Audio-Geräten. Genau. Wir können verschiedene Audio-Quellen hinzufügen. Da seht ihr hier Cable-Output, mein Audio-Interface, die Webcam, das Mikrofon. Wir können Texte hinzufügen. Wir können auch hier unter Other Sachen hinzufügen. Das hatten wir auch schon. Title sind halt Texte. Und hier gibt es auch noch ein Plug-In-Verzeichnis. Dann geht so ein Fensterchen auf, wenn wir da drauf gehen. Und hier können wir direkt den Hitbox-Chat-Viewer runterladen. Beam-Chat-Viewer, was das genau ist, weiß ich nicht genau. Das scheint wohl auch irgendein Streaming-Service oder sowas zu sein. Extra-Live-Alert, Image-Slideshow gibt es da nochmal. Manche Plug-Ins, wie hier diese Image-Slideshow, die gibt es zweimal. Einmal als Legacy und einmal normal. Das ist zum Beispiel ganz nett, Input-Visualizer. Da sieht man die Tasten auf der Tastatur, die man gerade drückt. Die werden dann angezeigt. Und ja, verschiedene Sachen. Hier kommt immer wieder mal was dabei. Die werden auch automatisch aktualisiert. Und hier gibt es auch so ein Whiteboard. Da kann man sogar malen und sowas. Ist also alles schon so. Das Nötigste, was man alles braucht, ist da schon drin. Weil wer JavaScript programmieren kann, kann auch selber Plug-Ins schreiben. Für diejenigen, die da sich mit befassen wollen oder befassen können, weil sie halt eben JavaScript schreiben können. So, und dann haben wir noch hier, das haben wir durch, Ansichten. Wir können ein Projektorfenster bestimmen, wo wir dann zum Beispiel sagen, wir wollen auf dem Projektorfenster die entsprechende Szene zeigen. Schau mal, das kann ich jetzt nicht zeigen, aber es würde funktionieren. Also wenn ich jetzt auf Bildschirm 2 die Active Scene schalte. Achso, ach, das ist ein Feature, das ist erst in der Premium-Lizenz. Okay, kann ich nicht zeigen. Immer wenn ihr einen Feature, die Features sind alle drin in der normalen Lizenz. Und wenn ihr ein Feature benutzt, was in der Premium-Lizenz enthalten ist, dann springt euch direkt hier das Ding rein. Also die Premium-Lizenz für drei Monate 14,95 Dollar. So, dann haben wir noch, ja hier können wir noch skalieren. Wir können sagen, Snap to Grid, dann rasten alle Boxen, die hier sind, die bekommen ja immer so einen Anfasser, die rasten dann ein. In so einem Raster halt. Unter Broadcast seht ihr meine beiden Streaming-Konten. Einmal für Twitch und einmal für YouTube. Und darunter ist das Local Recording. Man kann auch Kanäle hinzufügen. Könnte man jetzt hier sagen, okay, wir wollen noch auf Hitbox streamen oder irgendwo auf Ustream oder wo auch immer. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen Hitbox hinzufügen, dann kann man hier direkt die Hitbox-Login-Daten eingeben und auf Autorisieren. Und schon ist das Konto eingerichtet. Dasselbe auch bei Twitch und auch bei YouTube. Da ist echt nichts Kompliziertes dran. Und ihr habt hier neben den einzelnen Konten, die ihr eingerichtet habt, jedes Mal noch so ein Zahnrädchen. Da könnt ihr dann die Encoding-Einstellungen separat für jedes Konto einrichten. Also, wir gehen mal hier bei Twitch drauf. Ich zeige euch mal, wie meine Encoder-Einstellungen sind. Steht jetzt hier auch Twitch-Properties. Konto. Streaming-Server. Ich streame über Frankfurt. Ich kann den auch hier auswählen. Er zeigt mir auch hier von allen Twitch-Servern die Latenzzeiten an. Da kann ich mir im Notfall, passiert das schon mal, je nachdem, wenn der Frankfurter Server ausgelastet ist, dass ich dann vor dem Livestream gucke ich da meistens einmal rein, dass ich dann wirklich hier über Holland streame. Weil hier Köln-Holland ist ja gar nicht so weit, also nach Amsterdam. Und ja, das ist ein ganz nettes Feature. Es ist gut, dass es da ist. Oder es kam sogar auch schon mal vor, dass Frankfurt gar nicht erreichbar war, vor dem Livestream. Da habe ich halt zehn Minuten vorher reingeguckt und da stand hier echt Frankfurt. Hier kam gar nichts. Und so wie jetzt hier bei Rio de Janeiro. Der scheint auch irgendwie aus irgendeinem Grund, ist der offline oder nicht erreichbar. Dann habe ich halt auch über Amsterdam gestreamt. Wir können auch, wir können neben der Web-Authentifizierung auch den Stream-Key eingeben. Klicke ich jetzt nicht drauf, weil ich nicht weiß, ob er den anzeigen würde oder ob ich den schon mal eingegeben habe. Ansonsten können wir auch hier noch die Bandbreite testen. Dann kommt so ein Bandbreitenmesser. Dann schickt er Pakete zu dem Streaming-Server und zeigt euch halt ein Ergebnis an. Die Video-Codierung, ich codiere über Nvidia H.264 mit einer Bitrate von 2800 Kilobit im CBR-Modus, also konstante Bitrate. Und hier unten drunter stehen auch noch meine normalen, die zusätzlichen Parameter. Keyframes, alle zwei Sekunden, also in dem Fall alle 60 Frames. Und VBV-Buffer, das ist in etwa dasselbe wie bei OBS, der zusätzliche Buffer mit 30 Frames. Video-Größe ist Default und hier extra Parameter mit Daten, da muss man sich da ein bisschen auskennen. Hier auf dem Zahnrädchen könnt ihr hier noch sagen, den Keyframe-Intervall, den Buffer, die FPS. Die Video-Größe, wir könnten also sogar hochskalieren bis auf 4K. Könnte man hochskalieren, wenn wir möchten. Lohnt sich nur nicht bei der Bitrate. Und hier unten stehen extra Parameter, die man angeben kann oder auch eben nicht, muss man nicht unbedingt. Audio-Verschlüsselung steht auf AAC, also Audio-Codierung mit 192 Kilobit in Stereo. Und hier unten kann ich auch direkt angeben, Aufnahme automatisch auf lokaler Festplatte speichern und Audio und Video in einem RTMP-Kanal verschachteln. Das ist also Standard jetzt so. Und dasselbe, ich kann also hier bei Broadcast auch für das YouTube-Konto Einstellungen angeben. Da zeigt er dann hier auch direkt die ID, den Titel an, Description, die Tags, die Kategorie und sowas. Das kann ich alles vorher festlegen. Und streame dann da auch über die Grafikkarte mit einer Bitrate von 5700 Kilobit. YouTube erlaubt höhere Bitraten als Twitch. Wir können bei YouTube bis 6000 Kilobit streamen, bei Twitch bis 3000, solange man kein Partner ist. Ich glaube, die Partner dürfen bis 5000 oder so streamen, vielleicht auch mehr, bin mir da nicht sicher. Und Audio können wir halt, oh, der steht nur auf 160, der kann man auf 192 stellen. Und die Aufnahme für YouTube wird also auch gleichzeitig auf der lokalen Festplatte gespeichert. Ja, das sind so die Streaming-Einstellungen grundlegend. Dann haben wir noch im Menü Extras, können wir hier teilen, sie ihren Stream, da weiß ich gar nicht, was das ist, habe ich nie gemacht. Meine Aufnahmen, da geht halt hier so ein Fensterschen auf, wo die XSplit-Aufnahmen direkt drin liegen. Und da seht ihr auch die Aufnahme, die ich eben gemacht habe. Hier sind noch die von den anderen Tutorials, die Anmoderationen, die Abmoderationen und sowas. Hier die für VST-Host, die Ansage. Und die können wir auch direkt von hier aus, die können wir hier mit einem Doppelklick, können wir die umbenennen. Und wir können sie auch abspielen von hier aus direkt. So, geht auch. Und wir können sie natürlich auch löschen, einfach über Entfernen. Können sortieren, das ist einfach die Recording-Anzeige. Und wir können auch über ExpressEdit, das ist ein kostenloses Tool, können wir die Aufnahmen auch schneiden und neu abspeichern, ohne dass sie gerendert werden. Also im Prinzip funktioniert ExpressEdit so ähnlich oder grundlegend genauso wie AVI, der MUX. Ich habe allerdings festgestellt, dass die Videos anschließend unsauber geschnitten waren. Also scheinbar schneidet ExpressEdit wirklich auch auf zwischen verschiedenen I-Frames ab und nicht genau auf I-Frames. Bei AVI, der MUX wird ja so ein bisschen forciert, dass man immer an einem I-Frame schneidet. Und ExpressEdit scheint sich daran nicht zu stören. Deswegen scheinen die Videos teilweise dann nicht mehr so richtig gut zu laufen. Ist mir zumindest passiert. Vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen. Falls ja, schreibt es in die Kommentare. Wir können auch hier direkt, ich glaube, Sachen zu Facebook posten oder twittern oder so. Und gut, die sind natürlich ein bisschen groß, um die direkt zu twittern. Ja, aber das ist so das Aufnahmefenster. Und wir haben auch noch natürlich hier die allgemeinen Einstellungen. Hier gibt es auch noch Erweiterungen. Wir können ja mal in die Einstellungen reinschauen. Wie ihr seht, Programm ist komplett auf Deutsch. Spielquelle aktivieren. Link in die Zwischenablage kopieren, sobald ein Broadcast gestartet wird. Szenenübergang optimieren. Ist, ja, dass ihr ein bisschen mehr Grafikpower nimmt, um die Übergänge zwischen den Szenen. Die kann man glenden, die kann man auch wischen oder wipen. Und dann nutzt ihr halt ein bisschen mehr Saft von der Grafikkarte. Und hier beim Audio. Audio Vorschau kann ich, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, das ist auch ein Premium Feature. Ihr könnt also wirklich mit XSplit eine Audio Vorschau auf einen anderen Ausgang schalten, wenn ihr richtig aufwendige Sachen macht mit zwei Kameras und zwei oder drei Tonquellen, wo mehrere Leute gleichzeitig sprechen, die aber dann anders irgendwie vom Ton her angeordnet sind oder so. Da könnt ihr wirklich eine richtige Audio Vorschau machen. System Sound steht in dem Fall wieder auf meinem USB-Interface, weil da soll es den hinschicken. Und wir können auch eine Verzögerung einstellen. Mein Mikrofon kommt über das virtuelle Kabel. Das kommt ja von VST Host. Ihr erinnert euch, ein, zwei Tutorials früher haben wir das besprochen, wie ich das mache. Und hier wird es halt dann abgegriffen. Und das ist dann hinter VST Host. Hier gibt es auch eine stille Erkennung. Die habe ich mal versucht einzusetzen. Ich fand die ziemlich mager. Ich fand die jetzt nicht so besonders toll. Kann mir aber auch egal sein, weil ich das alles vorher mache. Mikrofon-Monomischung, Copy Left to Right in dem Fall bei mir, weil ich halt zwei Eingänge habe. Und das ist halt dann strikt Mono. Der eine ist links, der andere rechts. Und die Audio Sample Rate steht auf 48 Kilohertz. Tastenkürzel können wir vergeben. Zum Umschalten der einzelnen Szenen habe ich persönlich immer auf Alt und dann auf dem numerischen Tastenblock. Wir können Mikro stumm schalten, wir können Lautsprecher stumm schalten, wir können Push to Talk machen, Cue Points einsetzen. Wofür die jetzt genau sind, weiß ich auch nicht so wirklich. Beginnen anhalten, lokale Aufnahme, Pause in der Aufnahme. Wir können den Stream per Tastenkürzel starten und stoppen auf die einzelnen Konten und so weiter und so fort. Wir können auch hier sagen, wir wollen Tastenkürze mit Shift, Steuerung, Alt und der entsprechenden Taste belegen, je nachdem. Das ist schon relativ umfangreich. Hier sind nochmal die Konten und dann haben wir hier unser Profil. Jetzt seht ihr hier meine persönlichen Daten, das ist ganz toll. Jetzt wisst ihr alle, dass ich am Samstag Geburtstag habe. Dann haben wir hier noch erweitert, native Flash und Browser Audio Steuerung aktivieren. Hier gibt es auch immer ein Fragezeichen. Dann nimmt er halt ein bisschen, was ist das hier? Achso, dann schaltet er automatisch den Ton in Flash Videos, schaltet er stumm. Hardware Acceleration für Video Playback, Hardware Acceleration für USB, Capture Devices und so weiter und so fort. Hier Enable Script Security for Sources and Extensions. Das ist recht wichtig, weil die Plugins sind in JavaScript programmiert überwiegend. Und das ist halt die Skriptsicherheit, die sollte man erstmal drin lassen. Developer Mode brauchen wir nicht, solange wir nicht irgendwie Entwickler sind von XSplit. GPU Anti-Aliasing habe ich aus, aber könnte man auch noch MLAA oder MSAA einschalten. Ja, soviel mal zu den Optionen zu XSplit. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, ich quatsche schon wieder. Oh je, das ist lange, das ist lange, das ist lange. Ich glaube, ich werde das erstmal dabei belassen, einfach nur um euch jetzt nicht hier den absoluten Input Overflow zu geben. Das ist so der grundlegende Überblick. Wir können noch kurz hier unten auf die Sache eingehen. Wir haben halt hier die einzelnen Szenen. Also, um es nochmal von vorne aufzurollen. Wir haben eine Präsentation, die wir laden, speichern, umbenennen, was auch immer neu erstellen können. Diese Präsentation kapselt diese Szenen. Also die Anzahl der Szenen ist vorgegeben. Und ich meine, das hier sind jetzt zwölf Szenen, die in einer Präsentation drin stecken. Das sollte eigentlich für einen Hausgebrauch reichen, denke ich mal. Die kann man dann auch umbenennen. Die einzelnen Szenen, wie ihr seht, ich habe Stream Talk, In Game, In Game ohne Hintergrund. Und ihr seht auch, wenn ich mit der Maus da drüber gehe, habe ich immer eine Vorschau automatisch. Der Pausenbildschirm, der Countdown, meine zweite Kamera. Hallo, die ist also auch live, die Vorschau, wie ihr seht, unten. Und halt hier mein Streaming-Overlay für unten die Sachen, die Follower und die Donations und sowas einzublenden. Also ich benutze sieben Szenen. Also eine Präsentation kapselt die Szenen und die Szenen kapseln hier die einzelnen Quellen. Und was es da so mit den Quellen auf sich hat, das werdet ihr dann im nächsten Tutorial erfahren. Da werde ich dann mehr darauf eingehen. Ich will die Videos nicht zu lange machen. Seid mir nicht böse, dass ich das jetzt hier an der Stelle gerade jetzt so ein bisschen abwürge. Tut mir leid, aber ich quatsch. Mal wieder viel zu viel, glaube ich. Und gut, ich bin an der Stelle raus und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sollte dem so sein, lasst ein Däumchen da oder noch besser ein Abo. Wir sehen uns, macht's gut, bis zum nächsten Tutorial und tschüss. Tschüss.